Spiel den Korn-Song im Radio. As it was was, das Mikrofon ist Meiler Roman. Und das große Problem unserer Gesellschaft ist TikTok vs. Reels. Einerseits sind die Leute, die TikTok benutzen, immer direkt bei allen Trends am Start. Andererseits sind Reels-User weniger handysüchtig, aber leben komplett hinterm Mund. Zum Beispiel diesen Sound haben sie noch nie gehört auf Reels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017